Mein Großvater hat mir immer erzählt, dass die Germanen unsere direkten Vorfahren sind. Das war die weitläufige Meinung. Die Wissenschaftler von heute sehen das anders. Es gab nicht die Germanen, sondern viele unterschiedliche Stämme, in dieser Region unter anderem die Cherusker. Durch die Vermischung, Wanderung und Austausch mit anderen Völkern sind immer wieder neue Gruppen entstanden. Die Geschichte der Menschheit hat gezeigt, dass wir uns stets wandeln und entwickeln. Natürlich gibt es auch Dinge, die uns durch eine gewisse Kontinuität erhalten geblieben sind. Zum Beispiel die Sprachen. Niederländisch, Deutsch oder die skandinavischen Sprachen, sie alle haben sich aus der Sprache der Germanen entwickelt. Woher ich das alles weiß? In Lippe sind wir eben mit der Geschichte der Barusschlacht aufgewachsen. Das hätten Sie nicht von einem Taxifahrer erwartet. Was? Das hätte ebenso Zeit. Vielen Dank.